Fania Staboram, zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich spiele den, nicht den DLC, haha, fast wäre ich drauf reingefallen, nein, ich bin in Odyssee unterwegs und spiele das Crossover-Event zu Assassin's Creed Valhalla. Und hier wird es etwas komplizierter, etwas komplexer und zwar, der erste Teil der Mission zeigt euch, wo ich überhaupt den Missionsbeginn gefunden habe, da lag ein kleines Rätsel auf einem Tisch. Des Weiteren werde ich dann immer wieder ein Rätsel haben und ein Zielort, ein Rätsel und ein Zielort. Und das werde ich euch zeigen bis zum Ende des Videos. Ihr findet auch hier im unteren Bereich des Videos eine Erklärung. Bitte schaut euch nochmal den Text an. So, und damit wünsche ich euch erstmal schon viel Spaß. So, jetzt haben wir das Rätsel der Schiffsführer und der Kyklop. So, jetzt haben wir das Rätsel des Rückgröhmens. So, jetzt haben wir das Rätsel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt haben wir das Rätsel Vater der Geschichte und kein Freund. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich werde nie Herodotos Gesichtsausdruck vergessen, als er in Delphi meinen Speer sah. Ja, das war Liebe auf den ersten Blick. Okay. Jetzt haben wir das Rätsel Weinzeit. Ah! Ah! Musik 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 Ein Tribut an Dionysos und Markus? Er ist der Gott des Weins, behauptet er jedenfalls. Jetzt kommt das Rätsel der Sieger. Jetzt kommt das Rätsel. 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 Jetzt kommt das Rätsel Erinnerung eines Sörtlings. Jetzt kommt das Rätsel. 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 Ja, und das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Have fun, euer Aboram, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.